Diese im Jahr 1975 erbaute Doppelhaushälfte bietet auf ca. 118 Quadratmeter Wohnfläche interessante Möglichkeiten für ein individuelles Wohnen. Sie befinden sich in einem schönen, ruhigen Wohngebiet in Freiberg. Der angrenzende Ludwig-Rennpark lädt zu jeder Jahreszeit zu einem Spaziergang ein und die Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben. Die Lage und auch die freundliche Nachbarschaft garantieren ihnen ein angenehmes Wohnen. Sie betreten das Haus durch den Wind fangen. Von hier aus haben sie Zugang zum Gäste-WC. Der große Eingangsbereich bietet Platz für die Garderobe sowie Schuhe. Alle Räume im Erdgeschoss erreichen sie von hier aus. In der Küche haben sie Platz zum gemeinsamen Kochen und Essen in kleiner Runde. Untertitelung des ZDF, 2020 Im gemütlichen Wohnzimmer mit Kachelofen fühlt sich die ganze Familie Durch die große Fensterfront wirkt es hell und freundlich. Vom Wohnzimmer gelangen sie auf die Terrasse und den angrenzenden Garten. Vom Wohnzimmer Vom Wohnzimmer Abgerundet wird das Raumangebot auf dieser Etage durch ein Zimmer, das sich als Arbeits- oder Kinderzimmer eignet. Vom Wohnzimmer Vom Wohnzimmer Über eine Steintreppe gelangen sie vom Eingangsbereich aus in das Dachgeschoss. Begrüßt werden sie hier von einem kleinen Flur, von dem sie ins Bad, ins Schlafzimmer und in zwei weitere Zimmer gelangen. Das Bad und das anschließende Zimmer können zu einem großen Familienbad umgebaut werden. Schaffen sie sich ihre eigene, kleine, wohltuende Wellness-Oase als Rückzugsort für Entspannung und Wohlbefinden. Das große Schlag Das Schlafzimmer lädt zum Träumen und Ausruhen ein. Das Schlafzimmer 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 Ist durch seine zwei Fenster hell, freundlich und lädt zum Spielen für die Kleinsten ein. Das Schlafzimmer Das Schlafzimmer Das Schlafzimmer Genießen Sie die Ruhe und entspannen Sie nach Ihrem Feierabend in dem liebevoll angelegten Garten. Für den kleinen Gärtner sind neben der Grünfläche Blumen- und Gemüsebeete angelegt. Der Keller des Hauses ist auch vom Garten zugänglich. Hier befindet sich der Wasch- und Trockenraum, die Werkstatt und der Hausanschlussraum. Eine komfortable Unterstellmöglichkeit für ein Auto bietet die Garage auf dem 457 Quadratmeter großen Grundstück. Weitere Stellplätze stehen auf der gepflasterten Einfahrt zur Verfügung. Wir laden Sie gern zu einer Besichtigung ein. Vereinbaren Sie noch heute mit uns einen Termin. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020